hallo und willkommen zurück bei einer neuen folge fifa 21 karriere und schauen wir mal die nachrichten an und dann simulieren wir mal noch weiter wollte eigentlich die trainingseinheiten jetzt simulieren aber es gibt halt eben neue nachrichten schädler wird ausgeliehen ein jahr leibas zu allen jaspor und wir haben zeit verkauft nach shanghai wo sehen wir noch mal wer auf der transfersliste steht aber schauen gleich noch mal nach den verträgen und ja wie gesagt wir müssen werden noch schauen wir auf der transfersliste steht was steht glaube ich drauf und damit haben wir eigentlich unsere transfers alle getätigt falls wir jetzt natürlich noch den millionen segen bekommen sollten was ich nicht glaube werden wir natürlich weiter schauen was wir noch machen können gegen angebot zwei jahre dann ist er nämlich alt genug da würde nämlich auch verkauft so kühl ich weiß gar nicht ob der auf der liste steht aber wie gesagt wir schauen einfach mal so dann haben wir das auch schon mal kann ja dann eigentlich nur bei transfers markt sein transfers zentrale wunsch eigener angebot auf der transfersliste da haben wir es ja er ist noch drauf sind noch ein paar drauf also es kann doch noch ein bisschen geld geben ein bisschen budget kann auch dabei raus springen wir haben aktuell 8,3 millionen schauen wir einfach mal wie gesagt auf der wunschliste ganz oben steht natürlich noch nitrovic aber ja wir schauen einfach mal es kommt natürlich wieder transfers angebot für barilla den wollten wir nicht verkaufen ablehnen verdrungen verkaufen wir definitiv nicht aber er müsste eigentlich auf der transfersliste stehen am guten ja das land wer will ihnen haben wir denken phoenix kenne ich nicht wir nehmen aber mal an wie gesagt ich muss dann zwischendurch mal schauen wer auf der liste steht und wenn ich nicht dass wir irgendeinen verkaufen den wir gar nicht verkaufen wollen aber normalerweise können malerweise können wir eigentlich nach dem alter gehen transfer ist angebot für böse der steht auch nicht auf der liste vertrauenen kommen ja mittlerweile richtig schöne große vereine auf uns zuhören irgendwas haben wir noch vergessen das wird dann wahrscheinlich wieder eine etwas längere folge bis wir da zum ersten spiel gekommen sind wir haben das erste spiel ging ich weiß gar nicht muss mal schauen wenn das so weitergeht dauert es echt ewig koplianski verkaufen wir nicht zelna steht glaube ich auf der liste warte ich schau bis wir hier wieder ein spiel machen dauert dass ich immer wieder schön auf der transfersliste zelna ja wohl annehmen scheiß bürokratie scheiß papierkram wie man so schön sagt wir kommen echt nicht weiter so ist verkauft um 200.000 aufgestockt bevor wir jetzt noch einmal kurz weitermachen möchte ich mir gerne noch den kalender anschauen wir spielen jetzt als erstes gegen darmstadt ok das geht gegen ihn spielen im pokal gegen gar keinen das ist ja interessant wir sind also immer noch nicht im pokal wir müssen im pokal sein wir haben ja wir haben die die aufgabe tv pokal liga 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 wir haben nur liegen noch nicht terminiert ich hätte schnell alles simulieren da ist ja schon damenstadt zellner verkauft einwandfrei 400.000 das ist ja gar nicht mal so schlecht es geht voran jetzt spielen wir gegen darmstadt so transfer das angebot für jannic da sind 360.000 das ist ein gutes angebot für jannic das nehmen wir an spielerschat friedrich ich bin jetzt das selbe und war für mich wohl da wurde ich nicht auf der bank sitzen werde vom nächsten menschen wirklich viel für uns naja wollen wir mal nicht darüber streiten aber friedrich und zwerg lassen wir dann mal spielen aber die antworten noch drauf und da würde ich sagen starten jetzt erst ligaspiel teammanagement friedrich will spielen und zwerg friedrich linkes mittelfeld für griffo kriege bekommt mal seine pause und zwerg kommen für paulsen weil wie gesagt bin immer der meinung bevor sie meckern und jammern spielen dürfen sie wenn sie ihn nicht fragen aber auch anders nicht ja in der letzten folge ist übrigens das internet ab alles abgestürzt deshalb hat man am schluss überhaupt keinen ton mehr in der aufnahme drin versteht zwar nicht warum die aufnahme nicht abgestürzt ist aber der ton ist auf jeden fall mal abgestürzt nicht dass ihr euch wundert und jetzt bestreiten wir die erste partie in der zweiten liga recht herzlich willkommen zu diesem spiel liebe fußballfans oder bedingungen sind leider nicht ganz optimal denn hier regnet es seit stunden ihre kommentatoren heißen auch heute wieder wolfhus und frank buschmann ja unser guter frank buschmann am ersten spieltag der zweiten bundesliga es könnte ein super spiel werden jetzt geht sie also endlich wieder los die liga spieltag 1 beide mannschaften haben eine lange vorbereitung hinter sich und auch die fans erwarten diese punktspiele es kribbelt keine frage wolf endlich geht es rein in die neue saison da zieht er ab block den schuss erst mal aber tschuldigung corona holland nein noch habe noch bin ich nicht zwei kaffee und das wird auf jeden fall zeit dass der ganze misst hier mal rum ist dass der ganze corona war das ergibt man so langsam so auf den aufhören und so ist der ball gleich weg ich glaube es zieht sich aber noch ewig ich will auch wieder fressball gucken gehen ja mit viel übersicht diese flanke kommt viel zu weit es gibt es macht ja die gewährlichen einbruch wer kennt nicht wie sieht das wetter aus das einfluss auf spiel ja also ist schon möglich der ball wird bei regen natürlich schnell und da rutscht ein torhüter auch gern mal einer durch ganz lang macht er sich da gehalten er hat sehr klar nein er kann diese chance nicht nutzen den kopfball hat er nie richtig unter kontrolle bekommen da fehlt doch einiges oder wird sich ärgern er feiert hier heute sein debüt die fans hoffen die fans erwarten sich eine menge was traust du ihnen zugeschen sie wollten ja noch mal bei darmstadt ich wollte gerade sagen das haben sie jetzt getan das toller neu zugang mit dem wird diese mannschaft noch mal deutlich stärker der ball kommt hoch rein ja jetzt müssen sie aufpassen vorteil ist angezeigt tja ist das scheitere und heute war eigentlich eine richtig gute gelegenheit aber du siehst was für ein super torwart das ist ja deshalb haben wir gekauft ja sieht durchaus vielversprechend aus klasse verteidiger blockt die flanke ab ja wohl endlich mal wieder einen flanken kopfball tor wiederholung ausgangspunkt ist der eckball und dann ist gut wunderbar gemacht mit dem kopf ist er zur stelle setzt sich alexander gut hätte gedacht dass ein innenverteidiger unter es war schon 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht mehle sie jungen holland holland verlieren sie den ball ist gewechselt nach darmenstadt von dort nun das wende sicherlich feiern doch durch war die lache effektives passspieler jetzt kann die ein jahr bekommen jetzt ist gefährlich der abwehrspieler hat den ball klasse geblockt viktor palson guter pass jetzt darmstadt lässt den ball laufen super von zwergau mal sie seht ihr er zeigt schon dass er lust hat zu spiel milos pontowitsch so langsam als gefährlich die chance jetzt marilla das wäre es gewesen und erst mal geklärt das 2 0 aber das ärgert sie natürlich den hätten sie gerne mitgenommen der treffer ja den treffer hätte ich echt gerne mitgenommen sie jungen opaik viktor palson melen und da gibt es jetzt den einwurf den ball wirft er gleich zum gegner macht er gut und da ist der ball wieder weg guter ball nach draußen kommen leute bis jetzt habt ihr super alles hierhin verteidigt dass sie nicht vorstor kommen geht da voll in diesem jahr voll super gelöst und da ist er wieder zwergau kommt jetzt die flanke rein und abgefangen vom verteidiger dieser reingabe ecke kommt faul erst mal geklärt das war keine mieter ist weil sie sauer nicht schönes hohes zu spiel jetzt gefährlich toll ist aber das werk ist wieder auf der wacht macht bis jetzt gar nicht mal einen so schlecht zu spielen muss sagen er kann abwehren aber der ball weiter im spiel abseits was für ein glück der wert durch gewesen ja wohl halbzeit ich bin aber auch mal ich bin aber auch mal auf die transfers diese saison gespannt was da jetzt noch alles kommen also generell bei fifa nicht nur bei mir jetzt sondern auch bei den anderen mannschaften das werden wir uns natürlich auch noch am deadline day anschauen haben wir auf jeden fall eine große liste da erobert er den ball eine ziemlich lange liste haben wir da wir haben viel gekauft und viel verkauft victor palzon schönes anspielen jetzt der vorstoß bei uns ist ja aktuell winterpause es war nur eine kurze aber es ist winterpause klasse pass der war stark aber auch stärker klärt von wieder von büten von trommeln war es glaube ich sehr stark die abwehr gefällt mir heute wirklich richtig richtig gut jetzt haben die spekulationen um ihn ein ende denn sein wechsel zu manchester united steht der schnellste ist zwar ein toller transfer er bringt ja richtig qualität mit ich weiß gar nicht wo der vorher war ali bergho mit auge da hat er keine mühe hier bei dem kopfball da war einfach zu wenig druck dahinter so kann der nicht gefährlich werden gut gesehen vorteil hier ja das war genau richtig weil man hätte auch rot geben können so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren so schön gemacht auf pancovic zack sie haben diese partie jetzt doch 2 0 der deckel müsste jetzt drauf sein mit dem ersten saison von der zweiten liga aber schön gemacht hier abschluss sehr gut gemacht holle vorweil wirklich spitze der schießt den ball flach aber so platziert das hat nichts zu halten und wir haben in der partie hier darmstadt absolut unter kontrolle druck victor palzern kann eigentlich keiner was sagen wir haben wir haben das ist gut unter kontrolle der ball kommt an vor allen dingen nervt wer also ich glaube nicht dass gut das schon mal eine große tor chance bis jetzt hatten da am start klasse ball gewinnen vielleicht waren sie jetzt was draus pass auf die außenbahn da ist die flanke ins zentrum ganz wichtig dass sie da zur stelle sind ganz wichtig dass sie da zur stelle sind war lust berg er setzt sich durch und jetzt könnte es werden naja da kommen sie einmal vor das tor und dann war es das 2 1 so jetzt wechseln wir mal noch einmal bringen wir denn bringen mal götze für wukotic und oxford für von trommeln zwei verteidiger aber da kannst du nicht viel machen hier seit schon eigentlich durch hier war es eigentlich schon klar berg erstes saison tor 2 1 hier ist auch alles drin noch sind hier 20 minuten zu absolvieren die erste große chance von darmstadt und die nutzen sie auch aber wie gesagt wir führen auch götze der mensch der jan juwelic mit dem schuss verfehlt er das ziel doch sehr deutlich sehr guter einsatz die gäste werden wechseln gibt einwurf jetzt da blieb keine andere möglichkeit mehr aber wir wechseln kann auch noch einmal bringen devil für pantovic jetzt nimmt er den wechsel vor oder tor schütze geht vom platz die versuche schade das wäre jetzt ein ding gewesen das wäre ich ein geiles ding gewesen aber naja schade richtig tolle stimmung hier die fans hätten den sieg auf jeden fall verdient das steht mal fest ja sie geben alles und auch auf dem feld geht es hoch her die letzten minuten spannung pur aus dieser wohl könnte sich vielleicht eine chance entwickeln aber wie gesagt wir haben zeit gut gespielt bei geht nach außen wir haben alles zeit der welt der ball ist im haus dieser wechsel soll jetzt die wende bringen ja der stürmer soll vorne noch mal für betrieb vielleicht kommen sie ja noch mal zurück in die partie vader auch außen ist jetzt platz vielleicht bekommen sie noch die chance zum ausgleich jetzt geht's die reingabe jetzt ins zentrum er holt sich vorne den ball in den freien raum da schickt er den mitspieler oh das gibt's doch nicht der ball passt die haben den ausgleich also das hätte ich nie gedacht ich auch nicht schade ja lässt natürlich genau auf den spieler abprallen da ist die lücke und dann fällt das tor ja jetzt bin ich gespannt was hier nach dem 2 zu 2 passiert wir hatten eigentlich alles unter kontrolle aber dann naja war darmstadt da ne die nachspielzeit wird da angezeigt keine minute gibt's da oben drauf bader aus starten mit einem und schienenliga naja ok auch jetzt nicht der weltuntergang ein sieg wäre natürlich schön gewesen einer 2 0 führung aber ja man kann nicht alles im leben haben ne das ist die 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 das war wirklich ärgerlich wir hätten halt eben wirklich gewinnen können gewinnen müssen aber so ist halt eben der so ist er dem fußball muss er dem sagen hey boss danke dass mir ein ordentlicher du bist ein vorbild wie immer aber müssen die leute natürlich auch bei der stange halten wie es so schön heißt so und dann würde ich sagen schauen wir mal ob jetzt der dfp pokal terminiert ist ich bin mir gegen würzburg aber ist immer noch kein pokal komisch wie sitzt er mit unseren zielen aus pflichten mindestens zwei spiele unter 20 jahren was wird mir noch mal ich würde sagen dann geht es in der nächsten folge weiter ich mache dann jetzt noch währenddessen die trainingseinheiten und ja ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschau tschau